Hallo ihr Lieben. Ich habe lange nicht gefilmt. In Dalat habe ich gar nicht gefilmt. Oder doch einmal kurz. Wir haben irgendwie so viel gemacht mit ein paar Leuten aus dem Hostel, dass ich überhaupt gar nicht zum Filmen gekommen bin. Es war wirklich eine gute Zeit in Dalat. Jetzt bin ich schon wieder auf dem Weg in eine andere Stadt. Und zwar nach Hoi An. Es wird eine lange, lange, lange Fahrt. Ungefähr 20 Stunden, 22 Stunden. Wir fahren erst nach Natran und da wechseln wir dann in den Nachtbus, in den Schlafbus. Und ich bin jetzt hier mit drei Mädels unterwegs. Die haben wir hier. Dann haben wir da die Mei sitzen. Und dann haben wir da noch die Mia sitzen. Und ja, wir machen gerade Pause. Und dann geht es weiter durch die Berge hier. Ja, und diese Fahrt ist wirklich grässlich. Ja, weil es nur hin und her und raucht und runter. Und man muss echt aufpassen, dass einem da nicht verschlecht wird. Ja. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe ihr auch. Ja, wir sitzen gerade im Nachtbus. Wir sind in der Nachtbus. Und wir fahren nach Hoi An. Und wir haben... How much hours? 14. 14 at least. 18 at least. 18? No, that was in total. 14, about 14. 15? The 14 best hours of our life, obviously. Ja. Also ungefähr 14, 15 Stunden. Lange Zeit. Aber was total cool ist. Ich habe ja gesagt, ich fahre nie wieder mit dem Nachtbus. Was aber total cool ist. Wir haben hier... Hallo. Mein Name ist Maybrett. Ja. Das ist die Mei. Das ist die Mia. Und das ist die... Hallo. Hallo. What's your name? Oh, Lindsay. Ja, this is Lindsay. Und das Beste, wir haben hier hinten die vier, fünf Plätze für uns alleine. Total geil. Und jetzt haben wir Platz und ich denke, das wird ganz nett. So. Also, naja, wollen wir mal noch nicht so euphorisch sein. Wir müssen noch ein paar Stunden fahren. Also von daher aber schon mal ganz cool hier hinten. So. In diesem Sinne. Guck, da hinten, da vorne, haben die Leute nicht so viel Platz wie wir. Die haben wieder diese Einzelplätze. Und wir sind hier hinten zusammen und haben so viel Raum. Also von daher... Rock'n'Roll! So. Wir sind angekommen nach 18 Stunden Fahrt mit dem Bus. Aber wir sind angekommen. Und die haben eigentlich gesagt, dass wir so 22 Stunden brauchen. 23 Stunden. Wir sind angekommen in Hoyern. Es ist... Girls, what time is it? 8. 8. 8. Es ist 8 Uhr morgens. Und wir können noch nicht in unsere Zimmer. Guck, da sind die Mädels. Und wir suchen uns jetzt erstmal ein Frühstück und Kaffee. Und... Und ja. Wir müssen erstmal einen Kaffee trinken, bevor wir irgendwas gemacht haben. Und dann? Wir müssen immer noch ein paar Stunden machen. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 It's really, really nice. It's so cool. So, wir sind auf dem Weg zum Strand. Wir machen heute einen Strandpark. Und es ist nicht ganz so weit weg. Also, haben wir uns auf die Drahtesel geschwungen und suchen jetzt den Strand. So, ihr Lieben, wir sitzen jetzt in einem Café-Restaurant. Wir wollen jetzt, bevor wir zum Beach zum Strand fahren, wollen wir erstmal was essen. Aber ich hab's ganz vergessen. Ich hab mein Australien-Visa. Ich freu mich. Hat vielleicht ne 20 Minuten gedauert. Und dann hab ich irgendwie ne halbe Stunde später zwei E-Mails gehabt. Und ich hab mein Visa für Australien. Es war echt total einfach. Und ohne Komplikation. Okay, ich hab ein bisschen Geld bezahlt. Aber ich hab mein Visa. Wie will ich? So, mirin. You wanna eat? Food. Food? No. No. Mia? Mia. Mia. So we're going to be celebrating Kat for Hamisa, we're going to get her insanely drunk and make a fool out of her, just a little bit. But we're going to make a fool out of her as well. Now we're going to meet, get a bit sunburn. We need to be a bit sunburn, we're not red enough, we need more redness in the skin. Wow, it's so weird, we've got so different colors, isn't it? So, so, that was erstmal again. You can clap the hair. Let the sun shine, let the sun shining. The sun shining, the sun shining. I've been waiting for a sunny day. The time went high to make some hay. The day looks good, I see the weather's fine. The grass is high and the sun might shine. The weather to get together. I don't know whether I should feel your touch. The weather to get together. I don't know whether the grass is high enough. So, let the sun shine, let the sun shining. You've got me there. Let the sun shine, let the sun shining. The sun shining, the sun shining. Oh, so lovely on a sunny day. Lots of exciting games to play. The grass looks greener over the fence. There's nothing like experience. The weather to get together. I don't know whether I should move so fast. The weather to get together. I don't know whether you're a snake in the grass. Let the sun shine, let the sun shining. You've got me there. Let the sun shine, let the sun shine. Beautiful day today. Oh my, that's sick. The sun shining, the sun shining. You've got me there. 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 Oh mein Gott! Das kommt klar auf die Tür. Oh mein Gott! Was ist das? Ein Babelow? Oder ein Babelow. Hallo! So, wir haben... Hallo! Letzter Tag für mich. Letzter Tag mit den Mädels hier, die sich gerade lustig über mich macht. Mich nachäfft. Wir sind gerade am packen. Wir wollten eigentlich noch eine Nacht länger hier bleiben in dem Hostel. Aber es ist voll. Für eine Nacht wechseln wir noch das Hostel. Und ich bin ein bisschen traurig. Ich bin etwas traurig, weil ich würde gerne noch länger in Vietnam bleiben. Ich habe die Hälfte geschafft von Vietnam. Aber wer weiß, vielleicht komme ich irgendwann nochmal wieder und mach den Rest von Vietnam. Ja, wir sind gerade am packen. Das heißt, ich bin schon fertig mit meinem kleinen Rucksack. Ich bin schon fertig mit meinem kleinen Rucksack. Ich bin schon fertig mit meinem kleinen Rucksack. Das sieht so aus. Und die beiden sind gerade fleißig am Dänisch sprechen. Das ist alles gut. Das ist alles gut. Wir sind gerade am Dänisch. Wir sind gerade am Dänisch. Wir sind gerade am Dänisch. Ich kann nicht mehr hier bleiben. Ich bin so schade. Ich bin so schade. Ja. Ja. Hi. So, wie gesagt, letzter Tag in Hojan und den werde ich jetzt noch genießen. Ein paar Sachen erledigen. Ich wollte ein paar Postkarten wegschicken und ein paar Sachen für meine Familie los schicken zu Weihnachten. Das ist ja auch nicht mehr so lange. Und dann geht's morgen nach Laos. Und dann geht's.